Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Reisebüro on Air, der Podcast für leidenschaftliche Reiseverkäufer. Der Podcast Reisebüro on Air sollte werbefrei bleiben und kann daher sehr gut eure Unterstützung gebrauchen. Daher bieten wir euch an über die Künstlerplattform Buy mir Kaffee, zu deutsch Kauf mir einen Kaffee, das Podcastprojekt zu unterstützen. In den Shownotes findet ihr den Link zum virtuellen Kaffee. Mit eurer Unterstützung, egal ob groß oder klein, jede Mithilfe ist wertvoll, können wir in der Reisebüro-Welt noch viel, viel mehr bewegen. Und das kommt uns allen zugute. Wir wissen eure Anerkennung sehr zu schätzen. Vielen lieben Dank. Wie in jeder Episode gibt dein Showhost Margit Häuser dir wertvolle Impulse, neue Ideen und Tipps, die du im Reisebüro gleich umsetzen kannst. Ganz nach dem Motto, erst hören, dann gleich ausprobieren. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen und schön, dass du wieder am Start bist. Meine Sommerpause ist jetzt auch vorbei. Das sieht man auch ganz deutlich im Allgäu, dass der Herbst kam, morgens ist es noch ziemlich dunkel und es fangt schon wieder an zu regnen und ist ein bisschen düster. Ich habe lange überlegt, wo ich überhaupt in Urlaub hinfahre. Noch nie in meinem Leben war ich so planlos und bis September keinen Urlaub zu haben, das gab es auch noch nie. Ich hatte einen wunderbaren Mutter-Tochter-Urlaub und habe in diesem Urlaub extrem viel über mich, über meine Tochter und über meine Zukunft gelernt. Ursprünglich wollte ich nach Kroatien meine Freundin besuchen, die dahin ausgewandert ist. Dann wurde mir Kroatien, aber mir war es nicht ganz so wohl mit der Idee mit Kroatien und wir sind nach Italien gefahren. Und Italien Ende September, Anfang Oktober ist quasi geschlossen. Wir waren bis in den Abruzzen haben im Grunde nur leere Restaurants, geschlossene Restaurants, aber riesige Strände, menschenleer gefunden. Spannend war auch überhaupt die Suche. Ich hatte einen VW-Bus und einen Camper mir gemietet. Spannend war auch die Campingplatzsuche und spannend war auch, wie viele deutsche Camper auf den italienischen Autobahnen sind. Das sind schon fast Hochhäuser, mindestens drei Zimmerwohnungen. Und ich habe schon gedacht, das ist eine der größten Konkurrenten für das Reisebüro. So Camper, so gut situierte Pensionäre, die sich jetzt diese teuren Camper kaufen und natürlich auch ziemlich viel unterwegs sein müssen. Vermutlich wäre die beste Idee im Augenblick, einen Campingplatz zu pachten, zu kaufen und zu öffnen, weil die sind alle voll. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich in nächster Zeit in diesem Podcast besprechen will und besprechen werde. Und eigentlich, also eigentlich in Wahrheit, hat mich meine Tochter darauf gebracht, die ja auch am Ende vom Studium ist und tatsächlich immer wieder gesagt hat, keine Ahnung, was ich in Zukunft tun soll. Keine Ahnung. Und das hat mich dann auch auf die Idee gebracht, tatsächlich mal als Übertitel für die nächsten Episoden diese Sehnsucht nach Plan B. Also wenn ich jetzt keine Ahnung habe, wenn alles festgefahren ist und ich nicht weiß, wie wird es wirklich weitergehen, so wie es meiner Tochter ging während dem Marketingstudium und sie gar nicht weiß, ob genau das das ist, was sie machen möchte. Genau diese Überlegung kann sein, dass du die auch gerade hast. Was ist denn tatsächlich mein Plan B? Was möchte ich denn in Zukunft machen, tun? Wie geht es für mich in dem Reisebüro weiter oder überhaupt in den Reisebüros weiter? Bin ich noch mit voller Leidenschaft dabei oder fange ich schon an zu überlegen, was ich sonst noch alles machen könnte? Mein Kollege und Freund René Morawetz hat gerade mit mir zusammen eine Videoserie gedreht über diese Gedanken, die ich jetzt im Podcast nochmal zusammenfassen möchte. Wenn ich vor lauter Überlegungen, und vielleicht kennt ihr das, dass sich das alles im Kreis dreht, vor lauter Überlegungen ist schon fast eine Schlange, die sich ins Schwanz beißt und ich finde kein Anfang und kein Ende. Also wenn ich da festgefahren bin, wie oder was kann ich denn tun, um wieder auf neue Ideen zu kommen oder überhaupt auf die Idee zu kommen? Und genauso ging es mir auch, als Corona anfing, habe ich gemerkt, dass ja alles wegbröckelt. Ich hatte von einem zum anderen Tag kein einziges Seminar mehr für dieses Jahr und ich war super gut gebucht, kein Vortrag mehr. Und ich bin in so eine Art Aktionismus gefallen. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich viele Sachen mache. Also ich bin Malerin, ich bin Coach, ich bin Quantenheilerin und dann habe ich alles auf einmal, was mache ich denn? Und am besten gleich alles auf einmal und ein Video dreht fürs Malen und, 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 und. Und bis ich dann etwas zur Ruhe gekommen bin und gemerkt habe, dass sich meine Gedanken eh bloß im Kreis drehen. Und wie, was kann ich tun, um das mal zu sortieren und ganz in Ruhe anzuschauen? Und damit hatten wir die super Gelegenheit in unserem Urlaub, meine Tochter und ich. Was kann man denn alles machen, um seine Gedanken zu sortieren und ganz langsam, vielleicht, überhaupt, eigentlich zu einer Lösung zu kommen? Und ich fasse es mal so zusammen in fünf Gedanken, wenn du vor lauter Überlegung festgefahren bist und auf keine Idee mehr kommst. Also der erste Gedanke ist, such dir einen Buddy. Also such dir jemand, der dich gut begleiten kann, dem du vertraust und der dir seither auch schon gute Ratschläge gegeben hat. Such dir jemand, mit dem du reden kannst und mit dem du alles erzählen kannst, wie dir es gerade im Augenblick geht. Es muss niemand aus der Branche sein, sondern tatsächlich, manchmal ist es auch viel besser, du nimmst jemanden, der von der Branche überhaupt keine Ahnung hat. Was der Buddy können sollte, sogar muss, ist gut zuhören. Vielleicht geht es dir auch so, wie mir, dass, wenn ich jemandem was erzähle, meine Gedanken sich besser sortieren und ich leichter dazu komme, um was es wirklich geht, wenn ich mir tatsächlich, während ich es erzähle, mir selber zuhöre und auf den einen oder anderen Gedanken komme. Also einen Buddy, das kann eine Freundin, ein Freund, eine Kollegin, manchmal wie bei meiner Tochter, darf es auch die Mama sein. Wenn sich alles im Kreis dreht und du vor lauter Überlegungen nicht mehr weiterkommst und eigentlich immer wieder von vorne anfängst, ist es gut, eine Pause zu machen, sich abzulenken, ein Hobby zu suchen und da gibt es alles Mögliche, ob du malst oder schreibst oder was bastelst, in den Garten gehst, aber lenk dich ab, weil nur immer am gleichen rum zu überlegen, kommst du auf gar nichts, aber wenn du mal mit den Händen arbeitest oder etwas gestaltest, weil es geht ja darum, du darfst dich ja jetzt selber entwickeln und jetzt ist tatsächlich auch die Kreativität gefragt. Und die Kreativität, die fällt nicht vom Baum, sondern die kommt mit dem Tun und mit der Idee. Ich bin Malerin und manchmal stehe ich vor einer weißen Leinwand und denke, was mache ich denn heute? Und auf einmal fängt sich der Pinsel von allein an zu bewegen und ich bin völlig überrascht, was sich da auf der Leinwand tut. Und das geht auch mit anderen Hobbys, auch in der Ablenkung. Und gleich der dritte Gedanke im Vorschlag, in der leichten Ablenkung, aber eher in die Lenkung zu dir selber. Der eine oder andere von euch hat sicher schon mal meditiert oder meditiert auch öfters. Das geht auch ohne viel Text. Natürlich könnt ihr euch was runterladen. Es gibt ja genug Meditationspodcasts und Meditations-CDs. Die einfachste Möglichkeit ist tatsächlich nur, ruhig hinzusetzen. Und das funktioniert am allerbesten draußen in der Natur, dich ruhig hinzusetzen und gar nichts zu machen. Und versuchen mal eine Weile, die Stopptaste zu drücken und überhaupt nichts zu denken. Weil auch hier in der ganzen Tiefe und in der ganzen Ruhe gibt es tatsächlich die Ideen und die dürfen einfach reinfliegen. Und die vierte Idee, der vierte Gedanke ist eine Community, die dich aufbaut. Also Freunde. Freunde, eine Gruppe, Menschen, mit denen du dich gern triffst und die auch mal was ganz anderes machen, was überhaupt nichts mit deinem Beruf zu tun hat. Und hier ein Wochenende mal zusammen verbringen, Essen zu gehen und einfach nur Spaß zu haben. Und im besten Fall eine Community, wo du tatsächlich auch sagen kannst, wie es dir gerade geht und den einen oder anderen Ratschlag mitkriegst. Was natürlich auch den Vorteil hat, dass du andere unterstützen kannst, andere helfen kannst. Auch das ist erstens Ablenkung, zweitens Unterstützung und drittens zu sehen, dass nicht nur du dieses eine Problem hast. Und über die Lösung der anderen auch wieder zu der Lösung von deiner Geschichte kommst. Ja, und dann das fünfte von, gehört zu Robert Betz. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich Robert Betz sehr, sehr mag und mir das auch super gern anhöre und seine YouTube-Videos ganz gern anhöre. Er sagt, umarme deine Gefühle. René sagt, heul doch. Und tatsächlich, es hat was. Einfach mal zu weinen, da zu sitzen, deine Gefühle zu umarmen. Mal richtig super traurig und entsetzt und ärgerlich. Auch das gehört dazu. Es wäre sicher fatal, wenn wir das alles wegdrücken. Wir dürfen unglücklich mal sein, traurig sein, ärgerlich sein. Und wir dürfen dann diese Gefühle auch wieder in Urlaub schicken, die Situation annehmen, uns zweimal schütteln und wieder bei uns zu sein. Wenn wir unsere Gefühle nicht umarmen und nicht komplett annehmen, werden sie immer wieder auftauchen, zu sagen, sich selber in den Arm zu nehmen und zu sagen, boah, du arme Maus, jetzt geht es dir aber gerade ganz entsetzlich. Ich hatte den großen Sinn, Verständnis für dich selber zu bekommen, dich ein bisschen selbst zu schützen, dir Vertrauen zu geben. Und dann darf ich wieder in die nächste Situation gehen. So, das waren so meine ersten fünf Gedanken, wie du diesen Kreis durchbrechen kannst und auf neue Ideen zu kommen. Es ist jetzt die einmalige Gelegenheit, alles durchzuschütteln, alles nochmal frisch anzuschauen. Und es ist die einmalige Gelegenheit, dich selber zu gestalten und deine Zukunft zu gestalten. Ich wünsche dir auf jeden Fall dabei viele tolle Einfälle und einen herrlichen Weg für die nächste Zukunft. Wenn ich dir dabei helfen darf, jederzeit, es gibt 1 zu 1 Coaching. Es gibt die Heldenreise, schon die Nummer 3, ab 26. Oktober. Und es gibt 14-tägig Phönix, also die Zukunftswerkstatt. Was gibt es noch alles für Ideen, auch eine Community am 14. Oktober. Auch da kannst du mitmachen. Alles findest du auf www.margit-häuser-heinrich-emil-ulrich-siegfried-emil-richhardt.de auf meiner Webseite. Ich freue mich und ich freue mich vor allem bis nächste Woche und wünsche dir gute Tage und eine schöne Herbstzeit. Das war eine weitere Folge des Podcasts Reisebüro on Air, der Podcast für leidenschaftliche Reiseverkäufer. Der Podcast Reisebüro on Air sollte werbefrei bleiben und kann daher sehr gut eure Unterstützung gebrauchen. Daher bieten wir euch an, über die Künstlerplattform BuyMeCoffee, zu deutsch Kauf mir einen Kaffee, das Podcastprojekt zu unterstützen. In den Shownotes findet ihr den Link zum virtuellen Kaffee. Mit eurer Unterstützung, egal ob groß oder klein, jede Mithilfe ist wertvoll, können wir in der Reisebüro-Welt noch viel, viel mehr bewegen. Und das kommt uns allen zugute. Wir wissen eure Anerkennung sehr zu schätzen. Vielen lieben Dank. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.